Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video über japanische Eingabe unter Linux. Damit man mal sieht, was ich damit genau meine, ich schreibe hier Konnichiwa und bekomme es in Hiragana-Schriftzeichen und kann es hier in Kanji umwandeln, also hier ist ein bisschen Kanji. Oder ich schreibe meinen Namen, kann das dann in Katakana machen. Ich kann hier umstellen, also hier ist mein Standard-Layout. Ja, tippen ist gerade nicht so meine Stärke. Dann kann ich umstellen auf Japanisch und hier eben zwischen Hiragana, Katakana und so weiter und so fort. Wie funktioniert das? Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Es gibt UIM, es gibt iBus, es gibt was weiß ich was. Und dann gibt es jeweils noch Anthy und Mosk und was auch immer. Ich persönlich werde nur eine Methode davon vorstellen. Und zwar Mosk mit iBus. Ich werde mich auch weiterhin nur auf GNOME konzentrieren. Ich denke aber, dass die Informationen, die ich noch zur Verfügung stelle, dass die ausreichen, um es auch mit anderen Desktop-Umgebungen zum Laufen zu kriegen. Und zwar benötigt man iBus. Das ist einfach ein Input-Method-Framework. Wie gesagt, weil man GNOME verwendet, reicht es, das zu installieren. Ansonsten muss man anderweitig dafür sorgen, dass es ausgeführt wird und dass die richtigen Umgebungsvariablen gesetzt werden. Das ist im Arch-Wiki hier beschrieben. Die Seite verlinke ich noch. Und ansonsten, wenn das nicht klappt, kann man immer noch dafür sorgen, dass es in der X-Profile-Datei drin ist. Wenn man jetzt nicht gerade Wayland benutzt. Wenn man Wayland benutzt, muss man selber wissen, was man tut. Und in der X-Profile muss man dann dafür sorgen, dass die Umgebungsvariablen gesetzt werden und dass ein was gestattet wird. Anschließend, wenn man nicht GNOME verwendet, ich kenne mich nicht aus, wie es unter KDE ist. Da könnte es sein, dass es ein eigenes Extra-Tool dafür gibt. Aber ansonsten gibt es das Tool iBus Setup. Da kann man dann Eingabemethoden hinzufügen. In dem Fall japanisch Mosk hinzufügen. Ich hatte jetzt eine Fehlermeldung ausgegeben. Unter GNOME geht es einfacher. Man geht auf Einstellungen, Tastatur, Eingabequellen oder alternativ einfach auf Region und Sprache. Man geht dann hier auf Hinzufügen. Man gibt hier japanisch ein. Oder scrollt so lange die Liste runter, bis man es gefunden hat. Das geht natürlich auch. Man geht hier auf Mosk und kann das hinzufügen. Das muss man bei seiner jeweiligen Desktop-Umgebung herausfinden, wie das geht. Und wenn es nicht geht, dann muss man halt iBus verwenden. Und dann gibt es auch so Applets zum Switchen oder Widgets, wie auch immer. Diverse Panel-Widgets und alles gibt es auch für andere Desktops. Switchen kann man auch per Tastatur, dann jeweils mit einer Tastenkombination. Was man auch noch benötigt, damit es mit Qt funktioniert, ist, dass man mit dem Tool Qt-Config Strich-Qt vor in dem Fall. Es kann auch sein, dass es unter einer anderen Distro nur Qt heißt. Das hängt davon ab, ob mehrere Qt-Versionen gleichzeitig installiert sind und generell wie die Namenspolitik von der Linux-Distribution ist. Da geht man dann auf Interface, Default Input Method und setzt das auf IBus. Dann funktioniert das auch mit Qt-Anwendung. Ja, dann nochmal in der Übersicht. Die Pakete, die man braucht, sind IBus, IBus-Qt und Mosk. Alternativ auch, wenn man ein älteres Framework verwenden möchte zur Eingabe, kann man auch Enthi verwenden. Das ist, darauf will ich aber nicht weiter eingehen, habe ich auch nicht ausprobiert, um ehrlich zu sein. Unter anderen Distributionen könnte das Paket zum Beispiel Mosk IBus oder IBus Mosk heißen. Übrigens tut mir leid, wenn ich das falsch ausspreche, aber ich kann einfach mit dieser Zeichenfolge nicht mehr anfangen, als Mosk zu sagen. Und ich denke, wenn ihr eine andere Linux-Distribution verwendet, dann wisst ihr, seid ihr auch in der Lage, entsprechend diese Pakete zu finden und gegebenenfalls zu diesen Paketen irgendwelche Wiki-Artikel und so weiter. Aber ich denke, dass das hier, dass das Arch Linux-Wiki auch auf anderen Linux-Distributionen hilfreich ist. Selbst wenn man keinen Arch Linux verwendet, kann einem das durchaus weiterhelfen. Die Links mache ich noch in die Beschreibung und mache so klickbare Links in das Video rein, wenn ich nicht zu Fall dafür bin. Und insofern wünsche ich viel Spaß beim Eingeben von japanischen Zeichen.